Ja, das war ja wieder typisch, ne. Heute Morgen, ja, also jetzt eben, meine ich, ja, zweimal eben bei meinem Standardprofil musste ich einnehmen, ja, mein Passwort, dann bei Gmail, ja, und hier auch. Oh, ja, die sind in meinen Augen krank. Ganz ehrlich. Das ist krank. Also, schönen guten Morgen da draußen. Lasst mit euch gut gehen. Da, 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 da. Wunderbar. Oh, scheiße. Nochmal. Oh, entschuldigung. Ja, heute ist der Nass da. Ja, das ist ein Tag vor Wochenende. Ja, wobei mir das ja immer scheiße, ja, oder im Gegenteil. Wochenende war ja schön. Ja, wenn ich arbeiten konnte, meint ich. Meine Action. Ja, ich finde, meint ich, meint ich, ja, nachher war das natürlich auch anders, ne. So. Ja. Ich kann mir jetzt sagen, die Welt ist krank und ich bin hier sonst. Ja, das war ja Schwachsinn, ne. Okay, ciao. Ja, das ist echt, ja, nee.